Hallo, schönes Duo und sowas von herzlich willkommen bei den Joy-Bombs. Wir sind Sophie und Daniela, deine Hosts und Begleiterinnen. Wie der Titel schon verrät, in unserem Podcast geht es um die Freude, um deine Freude und vor allem darum, wie du in jeder Situation deines Lebens in deiner Freude bleibst. Der Podcast kann dir als Inspiration, genauso wie als liebevoller Arschtritt dienen, endlich anzuerkennen, was für ein großartiges, magisches und freudvolles Wunder du bist. Weil was wäre, wenn du die Freude nicht erst suchen oder finden müsstest, sondern bereits jetzt jede Zelle in dir pure Freude ist. Wenn du die Freude bist, weil das bist du nämlich, ob du es uns glaubst oder noch nicht. Bitte hab viel zu viel Spaß hier und benutze unseren Podcast so gern als Möglichkeit, dich zu ermächtigen, dich an deine Stärke, Kraft und an deine Größe zu erinnern. Und am besten fängst du gleich damit an, denn du bist wundervoll, genauso wie du bist. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Und jetzt geht's auch schon los. Lehn dich zurück, genieße, empfange und so schön, dass du da bist. Zünde die Joy Bomb und lebe deine Freude.